Hallo ihr Lieben, eine ganz große Leidenschaft von mir ist das Vorbereiten von Athletinnen und Athleten für ein Fotoshooting oder einen Fitnesswettkampf. Heute zeige ich euch Danny. Danny kam vor zwölf Wochen zu mir mit dem Wunsch, bereite mich bitte auf ein Shooting vor. Und wie ihr sehen könnt, brachte Danny natürlich schon ein bisschen was an Grundmaterie mit. Er hat leider natürlich noch nicht die Basic für ein Fotoshooting, weil er in den letzten Jahren, was das Training anbetrifft, keinen Fokus hatte. Auch kein Fokus im Bereich der Ernährung. Wie man hier sehen kann, sieht man natürlich noch ein bisschen zu viel Fett an den Hüften. Allgemein natürlich das Muskelblumen nicht ausreichend. Ein bisschen Zeichnung war schon da von der Muskelmasse, aber einfach für ein Fotoshooting viel zu wenig. Nach neun Wochen kam er zu mir und wie ihr sehen könnt, habe ich schon eine gewaltige Veränderung. Er erhielt von mir einen Ernährungs- und Trainingsplan, Ernährungsplan, Low Carb Pendelplan und einen Trainingsplan, zweier Stubild als Reduktionsmethode, Dropsätze mit Cardio-Hit-Einlagen. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, ist das schon eine gewaltige Veränderung innerhalb von neun Wochen. Klare, eindeutigere Zeichnung der Muskelmasse, wesentlich mehr Volumen und natürlich, wie ihr seht, natürlich viel weniger Körperfett und das alles innerhalb der ganz kurzen Zeit von neun Wochen. Auch hier Rückenansicht von ihm, in der Double-Bizeps-Pose ganz klar sichtbar, schönere Teilung, mehr Volumen, bessere Muskelvalität in den Beinen, eine massive Zunahme. Und auch hier bei seiner Lieblingspose, Lattpose, ganz klar sichtbar, viel weniger Fett, viel mehr Muskelblumen, einfach schon mal eine ganz gute Basis. Dann ging er in den Urlaub und vom Urlaub schickt er mir immer wieder Bilder und sagt zu mir, Mr. T, schau mal drüber, wie sieht es aus, sieht es noch gut aus? Und ich sage euch, selbst im Urlaub hat er den Fokus gehalten, weil er selbst gekocht hat. Und dann kam es gestern, Fotoshooting bei seinem Boss, Calvin Hollywood. Und jetzt schaut euch das an. Einfach super geniale Bilder innerhalb von zwölf Wochen. Jetzt kommt's, mein Lieblingsbild. Bam! Einfach der Burner, was ein Style. Absolut genial und das Ganze innerhalb von zwölf Wochen. Hammer!